ein neuer tag ein neuer booster folge 905 herzlich willkommen schön dass ihr wieder da seid so ging ein bisschen schwer auf hier okay wir haben hier was besonderes am ende war ein leichter spoiler aber es geht erstmal los mit gedankenverdrehung hier ein zauberspruch dann schlange der versuchung die sieht aber auch nice aus so ein richtiger unschuldiger blick hier aber auch irgendwie ein bisschen creepy oder dass eine schlange so ne augen hat merkwürdiges artwork aber wirklich hüter der statik dann haben wir ausgrabung eines vermächtnisses ein feuer zauber stein sehr schön ich wollte gerade sagen der hat einen schaden aber nee es war ein fussel angreifer aus der zukunft dann haben wir mysteriöse schlange das sind schon eher schlangen augen also wenn man das jetzt mal mit mit der anderen karte hier vergleicht ja also süß aber creepy und das ist hier normal dann eine rare karte noch eine rare in holo ewigo angegriffenes archipel das aber kommt mir auch sehr bekannt vor so und was haben wir jetzt hier noch als neugestartete todessense in holo wir haben hier einen vollstrecker chrono mecher und ja die andere seite haben wir ja schon gesehen vorhin da war ja so ein leichter spoiler die todessense wird repariert spruch kontrakt sehr sehr nice ja unser erster herrscher hier auf der seite eine super rare und auf der seite dann hier die vollstrecker seite aber mega geiles artwork also echt nice karte das erste highlight ja gefällt mir sehr sehr gut kommt auch gleich in meinen ordner und ja ich bedanke mich bei euch wieder fürs zuschauen hoffe es hat euch gefallen und wenn ihr wollt dann sehen wir uns bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal